und damit willkommen hier zurück im Landwirtschaftsimulator auf dem Weg zu den 10 Millionen aber heute soll es kurz um was anderes gehen und zwar um einen automatisierten Fernerstall ich habe einen Mattstall und zwar braucht ihr dazu auf jeden fall diese Bänder das nicht unbedingt ich habe das bloß gemacht weil ich halt nicht so ganz aufgepasst habe sprich wir haben hier Hafer wir haben hier von Heu und Stroh Stroh braucht zum Einstreuen stellt euch einfach das Teil her und gehen rein gehen auf Anschalten und dann seht ihr hier schon Stroh ist bei 1600 das gleiche mal mit Hafer und Heu einfach hingehen ihr müsst nicht immer wenn der Server startet oder wenn er ins Spiel startet müsst ihr jetzt hingehen und das ganze einschalten so macht euch voll und zumal ein bisschen was fressen hier ist dann eben los das gleiche mal mit Hafer so und auch hier und dann werdet ihr sehen dass die ganze Zeit das bei 100 Prozent bleibt mit Wasser funktioniert sich leider schade aber so könnte man euch viel Arbeit sparen dann Pferdebauarbeit aber Pferde bringen scheinbar sehr viel Geld wenn ich jetzt so schaue ich habe jetzt drei Tage und sind bei 17.000 5.000 kostet eins also das nutze ich schon ich muss mal irgendwie dich ne dich striegeln so ist wieder sauber und ihr könnt die Haufen auch direkt nebeneinander machen ihr müsst aber aufpassen dass ihr am Anfang mal mit dem Band hinfahrt und wenigstens ein ganz kleine Stückchen davon nutzt ansonsten kann es nämlich sein weil die Bänder es nicht mischen sprich könnte ich sagen wir machen Hafer und Weizen äh Hafer und Heu auf einem Band das funktioniert nicht deswegen immer darauf achten ein Band für Heu ein Band für Strom ein Band für Hafer funktioniert natürlich auch bei den Kühen so das war es eigentlich schon ganz kurz und für alle anderen geht es weiter in Richtung 10.000 und zwar ähm hier vorne wächst der Raps also man sieht sicher ich habe hier ziemlich viel Heu hingegibt das Problem sei dass diese ähm Foto Bänder keine Beinbarz bei den so hier noch Raps davon ist schon abgehandelt obwohl ich die Wachstumszeit auf langsam habe ähm finde ich wächst das ganze ganz schön schnell drüber noch so erbohren ähm und nicht gedüngt muss gefügt werden benötigt die Rehecke das müssen wir erst machen so also Metriche ist auch ready und damit die Aufnahme natürlich auch funktioniert mit dem ähm Pferdestalltipp werden wir auch nochmal mit Schafen und Hühn machen und Schwein machen wenn wir das Geld haben müssen wir jetzt erst mal als jetzt ich habe hier Kartoffeln liegen und auch hier oben keine Spreng sieht man vor allem Kartoffeln genau sonst LKW dieser ist auch knapp 10 Tonnen Kartoffeln läuft auf jeden Fall ich werde jetzt mal fix die Zeit wieder auf auf zu machen so und jetzt müssen wir halt schauen ähm der hatte noch was gleich mal schnell ja der hat ja nicht mehr so viel Platz das bedeutet wir werden jetzt mal schauen wo denn wo es denn das meiste für Kartoffeln gibt ähm das ist aktuell denn wir haben noch 42.000 Kartett wir müssen ja mal langsam aus dem Protokon ich habe schon noch eine Idee wie wir das noch weitermachen können übrigens funktioniert das mit Fussurband natürlich auch komplett ohne Mods ähm die natürlich das Reihen haben schon gemacht sehr gut sehr gut also zum Beispiel 34% und die bringen jetzt schon 12.000 raus zu gewinnen schön wie man sieht ähm Struhafreu bleibt immer in einem gewissen Maße voll so jetzt wollten wir schauen wo gibt es denn das meiste für Kartoffeln das geht so gar nicht ähm gefreite Speicherzentrum da wir haben jetzt hängen können wir setzen uns in unser LKW den Motor an und los geht's hänger an koppeln ich muss mal sehen ich brauche eigentlich auch noch einen ähm Mist das geht so gar nicht den Frontlader für Frontlader für Frontlader Schaufel so rum für unseren Frontlader jetzt will ich euch das zeigen so jetzt fahren wir mal dahin wir müssen dann auf jeden Fall hier aus und rechts das passt schon so die macht das stärkeren gewinnt wir müssen mal abliefern mal gucken wie viel also man geht für Kartoffeln nicht so ganz nicht wie man sieht jetzt auf ähm 23 Tonnen 23 Tonnen also würde ich mal sagen vielleicht 6000 das ist schon mehr naja ich bring's einfach weg hab ich übrigens gekriegt von einem Auftrag mit der Toffeln deswegen mache ich meistens Aufträge ähm bei denen man ernten muss im übrigen einfach die meiste Kohle ups denn alles was dann übrig bleibt könnte ich euch nutzen und genau das machen wir jetzt auch von School Arbeit wahrscheinlich vorhin musste ich das ich wollte es eigentlich aufnehmen was hat die ganze Zeit geregnet im Spiel das war einfach nicht möglich aufzunehmen ähm ihr wisst schon dass das hier Betriebsgelände ist, oder? so verzählt euch mal und jetzt werden wir mal abladen zack hm geht nicht, weil die warum geht's nicht warum geht's nicht wir müssen uns das mal genau anschauen warum kann ich jetzt hier nicht abladen ok gehen wir dem auf die Karte gehen wir dem auf die Karte und uns nehmen dass wir da sind die 3D Speicherzentrum ok warum können wir jetzt nicht abladen ok fahren wir mal kurz eine Runde ich hoffe das Entschuldigung wir fahren hier mal ziemlich weit drüber so abgezahlt rechts und jetzt ja einfach so weit drüben so schauen wir also legen ja man sieht halt das lohnt sich halt echt nicht so wirklich und ja wir haben das geschenk gekriegt von der ja hänger noch zack und dann sehen wir na wir können dann schon mal 5000 Euro zurückzahlen das ist schon mal sehr gut wird's noch mehr ich glaube nicht also viel mehr wird's nicht werden so jetzt haben wir nochmal 5000 Euro achso wir haben noch 110 Euro draufgekriegt 111 Euro so jetzt fahren wir wieder zurück mal gucken ob der Hubs jetzt fertig ist ich würde es echt gerne noch langsamer einstellen und ich hoffe also ich fand es war die geilste mod überhaupt für die bestigen dass es die seasons mod auch für das 19 geben wird das wäre ein absoluter traum ich weiß nicht ob ihr die kennt aber da sind halt die Jahreszeiten simuliert was wichtig das im game 7 Tage halt Frühling ist 7 Tage Sommer 7 Tage Herbst 7 Tage Winter und so weiter halt wirklich realistisch ich glaube hier ist innerhalb von drei Tagen halt der Hubs fertig und das braucht halt glaube ich alles gleich lang so gehen wir hier schalten wir hier fix an das wird eh schon langsam dunkel das sieht an machen wir aus und schauen wir uns das Ganze mal an wie man sieht Stroh läuft Gas läuft Gas läuft steige ich mal kurz ein das Ding ist an und das Ding ist achso das braucht man gar nicht anmachen ich meine wir können das auch ankuppeln tatsächlich ja weshalb du abkuppeln das reicht so 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 und hier sowas ist auch nicht schlimm wenn du da Luft habt der wenn da einfach also es hat ein ziemlich großes Einzugsgebiet hier haben wir auch noch ein bisschen Haareform sieht gut aus so jetzt schauen wir uns fix und wir sehen zack ziemlich voll das es füllt sich glaube ich bei 25 ab auf hm wenn ihr jetzt zum Beispiel die mod nutzen mit dem so als kleinen tipp müsst ihr mal aufs senken gehen ansonsten nutzen das nicht damit ihr was überladen könnt hier haben wir auch noch Kartoffeln das Ding seit wir brauchen eine Frontladerschaufel das ist noch nicht fertig ne wir schauen mal was findet man denn hier ähm Frontlader Teleskoplader Frontlader Frontlader ähm die normale und Mod 49 Liter ähm die hier 1087 das ist so schlimm ich habe noch was besseres was denn noch fliegt ne die haben nicht ich bin halt unschlüssig weil weil im Radladen ähm gibt es hier einmal 3000 und hier sage und schreibe 6200 aber wir haben keinen Radladen deswegen wir zum ersten mal die hier drüben bleiben werden so ähm ja ich muss halt gucken ich weiß auch nicht bei den hier er hat jetzt schon wahnsinnig viel Heu gemacht wenn ich den jetzt wieder verkaufe hätten wir jetzt 200.000 Spritze haben wir da was auch dämlich ist dass ich das jetzt nicht reingekriege es müsste eine Schaufelmod geben das Ding sieht halt echt schon ziemlich abgefuckt aus werden wir wahrscheinlich bis zur nächsten Folge mal eine größere kaufen so das jetzt erstmal ja es wird jetzt halt dunkel ich glaube Punkt halb genau wird es richtig dunkel deswegen ich werde hier auf jeden Fall am Ball bleiben so vielleicht bis zur nächsten Folge mal wieder bei lösen mindestens ich werde noch ein paar aufdrehen machen und wenn es was Neues gibt hier auf uns Rosenfahren und es irgendwie Fragen gibt zum helfen zum automatisierten halbautomatisieren dann werde ich einfach ein Video machen und bedanke mich erstmal bis dahin vielen Dank fürs Zusehen macht's gut Ciao